hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute habe ich meinen lesemonat aus dem monat januar für euch das jahr ist auch schon richtig gut gestartet im verhältnis zu meinen letzten lesemonaten würde ich mal behaupten vielleicht hat es mich ein bisschen motiviert dass ich letztes jahr meine anzahl der bücher die ich mir für das jahr gesetzt habe nicht erreicht habe aber ich meine mit 200 büchern das war schon sehr hoch gegriffen aber im jahr zuvor also 2022 hatte ich 170 bücher knapp und ich dachte ach ja vielleicht kriegst du das mit den 200 ja doch hin aber es hat nicht funktioniert es war insgesamt ich glaube 120 bücher dann doch nur weil meine lesemonate nicht mehr ganz so gut waren aus privaten gründen ja jetzt sind wir mit zwölf büchern in den januar gestartet was für mich doch recht gut ist insgesamt waren es elf print exemplar also elf der bücher habe ich in print form hier liegen und eins davon habe ich komplett als hörbuch gehört wie ihr wisst höre ich meine hörbücher immer über next story das ist eine hörbuch und ebook app also mittlerweile gibt es glaube ich über 500.000 hörbücher und ebooks auf der app zu finden ich habe im letzten jahr zum beispiel die cards of law freie über next story als ebook gelesen oder auch im lesemonat dezember hatte ich das buch von inka lindberg we fell in love in oktober auch als ebook über die app gelesen also schaut da unbedingt mal rein wenn ihr euch mal ein bisschen umschauen wollt was nicht nur hörbücher sondern auch ebooks angeht ich liebe die app also ich habe die tatsächlich jeden tag auf dem handy aktiv aktuell höre ich auch wieder zwei hörbücher parallel ich weiß es ist total verrückt ich lese drei bücher parallel und höre noch zwei hörbücher aber bei mir ist es immer so dass ich auf ein bestimmtes genre oder thema lust haben muss und wenn ich mehrere bücher gerade angefangen habe dann ja kann ich immer gucken wie gerade so meine stimmung ist und suche mir dann das buch aus auf das ich lust habe ich mache mir auch abends zum schlafen immer ein hörbuch an und nutzt dann halt die sleep timer funktion das heißt er gibt eine gewisse anzahl von minuten an sein dass es 15 oder 15 und wenn diese minuten abgelaufen sind dann schaltet die app sich automatisch ab das heißt das hörbuch läuft nicht bis zum ende weiter wenn ihr einschlaft und ihr müsst dann noch mal überlegen wo erwartet wenn ihr wisst okay ich habe auf 15 minuten eingestellt dann müsst ihr maximal 15 minuten zurückspulen wenn ihr frühzeitig eingeschlafen zeit außerdem kann man die hörbücher auch auf bis zu zweifacher geschwindigkeit hören was für mich persönlich ein sehr großer vorteil ist weil ich die einfache geschwindigkeit einfach viel zu langsam finde ihr könnt euch die app gerne mal angucken ich habe in der infobox wie immer meinen link darüber könnt ihr dann 30 tage kostenlos testen und einfach mal die app ausprobieren ich kann es euch nur ans herz legen wie gesagt bei mir ist sie täglich in gebrauch und ich finde sie richtig klasse und vor allem gibt es die möglichkeit unbegrenzt zu hören das wurde bei vielen anderen anbietern ja rausgenommen die funktion nicht bei allen aber bei vielen und ich finde das sehr praktisch weil ich mich dann nicht auf 100 stunden oder auf 25 stunden oder so begrenzen muss und dann hört mitten in meinem hörbuch wenn es gerade super spannend ist meine stundenzahl auf und ich muss mir noch mal was dazu buchen das gibt es hier nicht ich habe mir hier komplett die flat rate gebucht und bin damit sehr sehr glücklich das war es jetzt an werbung ich würde sagen wir machen jetzt mit dem lesemonat januar weiter ich bin ja ein kleiner monk das wisst ihr ja mittlerweile und deshalb möchte ich mein lesejahr immer mit einem buch starten das mich ja emotional packt oder was für mich irgendwie was besonderes hat und das war in diesem jahr fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind von newt scamander beziehungsweise die ausgabe von harry potter wo ron und harry verschiedene notizen rein kritzeln zum beispiel hier es ist super witzig ich meine ich denke ich muss jetzt nicht so viel sagen fantastische tierwesen und harry potter kennt eigentlich jeder aber was die ausgabe für mich so besonders macht ist dass es eine ja das spezial ausgabe war die gibt es so auch nicht mehr zu kaufen die war für ein charity projekt quasi gedruckt worden steht auch hinten drauf comic relief die englische hilfsorganisation unterstützt mit den einnahmen aus dem weltweiten verkauf dieses buches vornehmlich kinder projekte in den ärmsten ländern der welt und was es für mich natürlich auch noch zu was besonder gemacht ist die tatsache dass ist von meiner besseren hälfte zu weihnachten bekommen habe und deshalb sehr sehr glücklich über diesen schatz bin dann dürfte diesen monat love game von meinem sub verschwinden es hat auch gar nicht so lange darauf gelegen es kam ja auch jetzt erst im dezember auf den markt für mich war lin painter noch ein unbeschriebenes blatt ich habe von ihr vorher noch nichts gelesen und deshalb war ich da auch besonders gespannt ob mir ihr schreibstil gefallen wird spoiler alarm ja er hat mir sehr gut gefallen ich lag ganz oft abends im bett und habe mich kaputt gelacht ich bin teilweise schon um neun oder so ins bett gegangen obwohl ich normalerweise ja eine nachteule bin und habe mich einfach ins bett gelegt und habe das buch gelesen hat es dann auch innerhalb von drei vier tagen also drei vier abenden im bett sage ich jetzt mal durch das war nämlich meine bett lektüre aber um was geht es in dem buch wir begleiten unsere protagonistin hellie piper sie ist barkeeperin auf einer ja ich sag mal schickeria hochzeit und wird da von der freundin eines mannes angegangen nur weil sie sich mit ihm unterhält und kriegt dann auch einen cocktail ins gesicht ja und mit besagtem mann verbringt sie die nacht er trennt sich von seiner freundin auf dieser hochzeit und verbringt dann die nacht mit hellie so starten wir in das buch da verrate ich euch auch nicht so viel das steht auch hinten im klappentext und sie schleicht am nächsten morgen aus dem zimmer voller scham ohne ihren bh auf dem liegt nämlich besagter typ der heißt übrigens jack marshall genau so heißt er und lustigerweise entscheiden beide oder es wird für sie entschieden sich auf einer dating plattform anzumelden und sie stolpern sich da zufälligerweise wieder über den weg und freunden sich so ein bisschen an und dann entsteht aus dieser freundschaft eine art wette wer zuerst auf dieser app die große liebe findet und die beiden daten sich durch den großstadtdschungel die dates sind für mich ein bisschen klischee behaftet also gerade so die männer die hayley datet haben so immer so ein bestimmtes klischee dass sie total arrogant sind oder dass der eine der bestellt die ganze zeit für hayley und sie darf gar nicht so selbst entscheiden und bei jack sind es dann so die typischen frauen klischees dass er eine prinzessin date die von ihrem mann auf händen getragen werden möchte und das auch direkt so sagt und ja es bedient sich das bedient sich als ein bisschen an klischees was das daten der verschiedenen geschlechter angeht es ist aber mega unterhaltsam und die beiden also du merkst dass zwischen den beiden halt die funken fliegen aber sie gestehen sich halt lange zeit nicht ein und daten fleißig weiter und allein diese allein für diese dates lohnt es sich schon das buch zu lesen ich habe wirklich tränen gelacht teilweise weil die zwei sich echt so blöd teilweise auch dran gestellt haben aber ich habe sehr sehr gern gelesen und es hat auch glaube ich viereinhalb sterne von mir bekommen beim nächsten buch handelt es sich um den vierten teil einer fünfteiligen reihe und bisher haben alle drei bände zuvor auch fünf sterne von mir bekommen dieses hier hat leider nur viereinhalb gekriegt weil es für mich so ein paar ja zähere szenen hatte oder zumindest zähere szenen als in den ersten drei bänden und dafür dass es halt auch dicker ist als band eins zwei und drei dachte ich mir halt bei manchen momenten ja gut das hätte man auch bisschen kürzen können 50 seiten weniger hätte dem buch jetzt auch nicht geschadet aber ja die geschichte rund um den könig midas mythos und um aureen und um könig fäule ist einfach super super spannend ich meine es ist der vierte band eines fünfteilers also einer fünfteiligen reihe und deshalb kann ich auch nicht so viel zum inhalt des vierten bandes sagen ohne euch zu spoilern ich kann euch aber sagen um was es im allgemeinen geht also wir begleiten aureen sie ist gold geküsst das heißt sie hat goldene haut sie hat goldene haare goldene nägel goldene kleider und ist im ersten band die gold geküsste favoritin von könig midas sie ist ein sattel was ich sowieso schon als begriff total bescheuert finden also der könig midas hat halt verschiedene personen egal ob männlich oder weiblich mit denen er zwischen männliche interaktionen tätigt und augen ist halt seine gold geküsste favoritin jeder sagt könig midas kann alles in gold verwandeln und hat quasi augen in gold verwandelt was allerdings nicht stimmt denn augen ist eigentlich diejenige die alles in gold verwandeln kann und das ist halt so das große geheimnis der reihe anfangs aber es gibt eben noch so so viel mehr sie wird halt von könig midas unterdrückt und die reihe beschreibt quasi so bisschen ihren ausbruch und ihre entwicklung über fünf bände im ersten band ist auf dem titelbild zum beispiel ein kleiner goldener käfig mit einem vogel drin im zweiten ist die tür oder auf dem zweiten cover ist die tür des käfigs offen dass der vogel rausfliegen kann und so entwickelt sich halt auch die cover gestaltung hier ist es eine rose ich bin mir gar nicht sicher ist auf jeden fall irgendeine pflanze die ja zu blühen beginnt sagen wir es einfach mal so ich finde die reihe richtig richtig gut man muss aber sagen für schwache gemüter ist das vielleicht jetzt nicht also die zwischenmenschlichen szenen sind sehr brutal teilweise wie manche protagonisten miteinander umgehen ist sehr brutal was aureen und ihren artgenossen und ihren freunden geschieht ist teilweise sehr brutal und blutig und düster also wenn ihr da nicht auf düster steht dann ist es vielleicht nichts aber diese ganze geschichte um aureen ist für mich total faszinierend ich mag den schreibstil von rayon kennedy unheimlich gern und kann die reihe wirklich nur jedem fantasy fan ans herz legen bei love game habe ich euch so ein bisschen von klischees beim daten erzählt und ich habe noch ein weiteres buch gelesen das sich um klischees dreht nämlich getting closer time out für mein herz von meiner liebsten jasi da geht es nämlich auch drum dass so ein bisschen die klischees von mann und frau beleuchtet werden wir begleiten mana und sie ist cheerleaderin und dann begleiten wir noch lennox er ist footballspieler das ist ja schon sowieso für bücher so ein klassisches rollen klischee nenne ich es mal die cheerleaderin und der footballer aber sie cheerleadert für das basketballteam wenn ich das jetzt richtig noch im kopf auf jeden fall müssen sie für ein schulprojekt zusammenarbeiten der lehrer möchte von ihnen dass sie sich quasi mit dem partner der gezogen wird zusammentun und deren alltag so ein bisschen begleiten und ihre ihre sportlichen interessen ihre privaten interessen also alles was man was man gerne macht muss lennox mitmachen und was lennox gerne macht muss man damit machen das problem ist allerdings nur bei den beiden dass sie früher beste freunde waren und sich richtig böse verkracht haben und jetzt auf einmal als feinde miteinander arbeiten müssen ich meine es ist klar dass sich die beiden dann auch wieder annähern und auch über dinge sprechen die vorgefallen sind und ich finde auch die art und weise wie sie das tun richtig richtig schön das einzige was mich so ein bisschen genervt hat war einfach dass lennox manchmal komplett anders reagiert hat als man sagen würde dass jemand in bestimmten situationen reagiert und das hat für mich dann manchmal so gewirkt als wollte man das buch einfach ein bisschen hinaus ziehen als wollte man den streit noch ein bisschen verlängern und nicht gleich eine lösung bringen aber es hat mich zwar hier und da ein bisschen genervt aber hat jetzt den verlauf der geschichte nicht gestört das war aber der grund warum ich einen halben stern abzug gegeben hätte oder gegeben habe weil man manche diskussionen einfach hätte umgehen können und ich bin ja so jemand was misskommunikation und ja unnötige streitereien angeht ist ja bei mir immer so ein bisschen mag ich nicht vor allem wenn charaktere nicht miteinander reden das war hier jetzt natürlich nicht der fall aber im allgemeinen mag ich das ja nicht ich habe das buch auch super gern gelesen zwar auch meine bett lektüre lustigerweise irgendwie mag ich es abends ganz gern bisschen ja wenn ich jetzt sage seichter ist das irgendwie so abwertend aber so sowas wo ich einfach lesen kann mich drüber freuen kann mich vielleicht auch mal ärgern kann aber nicht so high fantasy lastiges wie jetzt zum beispiel the darkest gold oder iron flame das ist für mich nichts was was ich im bett lese weil mich das meistens viel zu sehr aufregt und viel zu nervös macht deshalb ja kann ich auf jeden fall jedem ans herz legen der eine sportliche komödie lesen möchte würde es einfach so sagen dann habe ich im januar die letzten drei bücher meiner bookish christmas box von meinem stapel der ungelesenen bücher befreit ich hatte ja glaube ich sieben oder acht bücher von lara in die box gepackt bekommen und ja das ist schon einiges eins davon war ein schloss aus silber und scherben von der lieben arian silbers ich glaube wir folgen uns auf instagram schon gefühlt seit wir uns dort angemeldet haben ich mag ihren content sehr sie hat das buch dann auch im self publishing rausgebracht und finde dass es sehr sehr gut vermarktet ist ich habe das buch nämlich schon super oft bei bookstagram und booktalk gesehen also es ist ein buch das ich tatsächlich schon optisch kannte bevor lara es uns vorgestellt hat oder uns allgemein die bücher zu bookish christmas vorgestellt hat und deshalb war ich auch super froh dass sie es mir in meine box mit reingepackt hat also lara noch mal vielen vielen dank dafür aber um was geht es in dem buch wir begleiten unsere protagonistin waren sie stammt aus einem sehr sehr armen königreich und soll mit dem könig bzw dem zukünftigen könig des nachbarkönigreichs verheiratet werden sie hat da gar keine lust drauf sie kennt nämlich den könig von früher also den zukünftigen könig schon von früher und hatte damals gefühle für ihn die ja nicht ganz so erwidert wurden nennen wir es einfach mal so und sie hat da gar keine lust dass sie den jetzt heiraten muss aber sie tut es oder sie willigt ein um einfach ihrem königreich zu helfen und dann nimmt die geschichte ihren lauf ich war beim lesen teilweise auch total schockiert wie mit ihr umgegangen wird in diesem schloss das buch wird für jugendliche ab 14 empfohlen und ich finde manche themen die hier auch behandelt werden sind gerade für diese altersgruppe doch sehr wichtig waren ist eben keine 08 15 protagonisten die plötzlich alles kann der alles zufliegt die die besondere ist die ja die eine unter tausenden ist sie ist einfach ein ganz normales mädchen das auch mit themen konfrontiert wird die eben mädchen in jungen jahren betreffen das buch beinhalte themen wie mobbing wie body shaming wie essstörungen für mich persönlich ist es immer gut über themen zu lesen die mich selbst betreffen aber ich bin auch ein mensch ich werde nicht schnell negativ von etwas getriggert ich habe such einfach gern gelesen einfach auch weil diese fantasy elemente mit elementen aus dem realen leben mit problemen aus dem realen leben kombiniert wurden und das hat das buch auch einfach für mich besonders gemacht ein weiteres buch von bookish christmas dass ich gelesen habe hot kisses for christmas das wollte ich eigentlich schon um die weihnachtszeit lesen habe es da aber irgendwie nicht geschafft weil ich da dann lieber meine 23 für 23 liste abschließen wollte deshalb habe ich jetzt direkt anfang januar gelesen ob es zwar das zweite oder dritte buch das ich im januar gelesen habe und ihr seht es ist nicht so dick also ich habe mit zwei relativ dünnen büchern ins jahr gestartet wobei es trotzdem 250 seiten hat also ja es ist halt was für zwischendurch es ist jetzt meiner meinung nach auch kein so tiefgründiger roman gewesen es war einfach für mich eine geschichte die ich einfach so parallel zu was anderem auch so abends im bett lesen konnte es geht um den polizisten ethan der lässt sich was zu schulden kommen bei der new yorker polizei bei der er arbeitet und wird in so ein kleinstadt nest am arsch der welt versetzt einfach so als strafe und dort trifft er die bäckerei leiterin also ihr gehört die bäckerei sie heißt oder am bekehr vom café aber darlin genau er trifft auf sie die beiden sind sich von anfang an irgendwie nicht so sympathisch sie weiß aber nicht dass er der neue deputy der stadt ist und als sie dann in der stadt noch mal aufeinandertreffen ja da knistert ist dann gewaltig sie erkennt ihn natürlich direkt und denkt auch nein nicht der arsch aber ja die beiden nähern sich an sie lernen sich besser kennen und sind von dem gegenüber fasziniert es ist einfach eine süße geschichte um ein kleinstadt nest das plötzlich einen heißen deputy kriegt und die ganzen mädels der stadt sind feuer und flamme besonders darlins angestellte darlins recht junge angestellte und ja ich möchte gar nicht so viel zur story sagen es ist einfach ich sag immer so ein bisschen gilmore girls like gilmore girls trifft weihnachten und brooklyn nein nein hat auch noch ein special auftritt ist eine süße geschichte für zwischendurch aber war für mich jetzt auch kein großes highlight leider und das dritte buch im bunde war ich befreie dich von jasmin meyer ebenfalls im self publishing erschienen mit einem super süßen farbschnitt also wenn man den farbschnitt sieht denkt man eine an eine keine ahnung kitschige süße liebesromanze in new york und dann ist hier so eine pole den sachen dazwischen das hat für mich jetzt auch irgendwie nicht so ganz zum buchsschnitt gepasst wir begleiten unsere bruder ist sind marie evans sie arbeitet in einem verlag und kriegt da dann plötzlich einen neuen chef vor die nase gesetzt brian clark und er ist halt wie das in den typischen office romance büchern gerne mal gehandhabt wird einfach ein riesen voll idiot ein arroganter sack und er versucht halt so die sachen die sein großvater im verlag falsch gemacht hat jetzt zu kitten und führt dann eben auch personalgespräche und will eigentlich auch einiges an personal abbauen dass ihr großvater oder auch sein handlanger fälschlicherweise zu unrecht eingestellt hat eine davon ist marie und als die beiden sich dann in breins büro sehen zum mitarbeitergespräch ist da irgendwas zwischen ihnen er feuert sie nicht direkt sondern gibt ihr noch eine chance sich zu beweisen und so sind die beiden gezwungen öfters zeit miteinander zu bringen für mich hat es so ein bisschen so ein christian gray meets anastasia steel weib so diese erste szene in christian grays büro dass er total fasziniert von ihr ist und deshalb keine konsequenzen oder keine kündigung nach sich dass es deshalb keine kündigung nach sich zieht marie hat auch eine hintergrundgeschichte mit ihrem ex freund weswegen sie auf den job angewiesen ist das kriegt man halt so nach und nach mit und auch man merkt auch dass brian irgendwas mit sich schleppt aber ich habe die ganze zeit tatsächlich nicht greifen können was seine hintergrundgeschichte ist die auflösung hat mich dann ein bisschen verwirrt aber ja es geht halt eben um angriffe auch auf männer und das wird aber irgendwie am schluss dann nur so ganz kurz erwähnt und gar nicht richtig mehr behandelt also da hätte ich mir schon etwas ausführlicheres gewünscht und auch die lösung also wie man sein problem angehen könnte mit therapie oder mit sonstigem wurde auch gar nicht mehr erwähnt das wurde einfach nur in den raum geworfen und da das ist halt so und das ist passiert und ja hätte mir da am ende einfach bisschen mehr positives was kann man tun wenn ein sowas passiert gewünscht ich habe dem buch trotzdem ich glaube dreieinhalb oder vier sterne gegeben weil ich den schreibstil ganz schön fand weil ich das setting ganz schön fand und weil die beiden auch einfach schön Momente hatten bis auf halt so paar dinge die mich dann negativ zum augenrollen gebracht haben das nächste buch das ich im januar gelesen habe war auch eins meiner favoriten des monats es ist kein literarisches highlight aber für mich war es einfach super schön zu lesen ich habe es unheimlich gerne gelesen zwar war das falling heart for the royal guard ich habe von megan clausen auch noch nichts gelesen kann ich auch nichts nämlich ihr debütroman und megan clausen das habe ich im nachhinein gelesen lebt im tower von london und unsere protagonistin maggie moore lebt da auch quasi in der geschichte und ich habe mich das ganze buch über gefragt da waren so viele details und so viel informationen wo hat die autorin das alles her ja wenn man selbst dort lebt dann kann man da auch aus dem der kästchen plaudern auf jeden fall ist maggie moore eine ja ich sag mal eine standard frau sie wird jetzt nicht als wie in anderen büchern als topmodel oder als super sexy und bildhübsch beschrieben sie ist einfach ein normales mädchen von nebenan was mir sowieso schon sehr gut gefallen hat und sie ist karten abreißerin im tower of london also ticketverkäuferin und eines tages trifft sie auf den gardisten ja wie heißt er denn wie das freddy genau und lernt ihn kennen und die beiden freunden sich an also so ein bisschen wie bei love game und es geht auch um tinder dates also sie versucht auch das ein oder andere tinder date zu absolvieren und freddy unterstützt sie auch dabei und ja aus dieser freundschaft entwickelt sich eben irgendwann bei beiden mehr ich meine da muss ich jetzt nicht kann ich oder verrate jetzt nicht so viel aber die beiden stehen eben vor anderen problematiken was ich halt so witzig fand ist die tatsache dass im tower jeder mitarbeiter jeden kennt und die leute eben auch dort leben und das mecken dann so ein richtiges mecken maggie dann so ein richtiges versteckspiel teilweise machen muss damit niemand mitbekommt dass sie und freddy sich kennen eines tages geht sie auch hin und und zickt ihnen während seiner schicht so an und die gardisten die dürfen ja kein mucks machen die dürfen ja nicht mal mit der wimper zucken dass freddy da trotzdem was zu ihr sagt gefährdet eigentlich seinen job und ist eigentlich auch total unrealistisch aber zum buch hat es einfach gepasst die beiden charaktere sind super witzig super süß zusammen und ich habe es echt sehr sehr gerne gelesen im januar durfte ich auch bei einer carlson blogger aktion dabei sein das heißt vier andere bloggerinnen und ich durften eine tour zu unseren highlights aus dem carlson verlag 2023 führen inklusive gewinnspiel und ich habe mich für the lesson of curses entschieden ich habe das buch letztes jahr schon mal gelesen und habe jetzt im januar noch mal rereadet weil ich es einfach für diese blog tour noch mal ganz frisch auf dem schirm haben wollte weil es mir damals auch recht gut gefallen hat wir haben hier zwei verschiedene akademien der magie einmal die ich kann mir die namen nicht merken universiter mystiker e magie und die andere heißt academia sinistra es ist so ein bisschen beschrieben als die gute akademie und die böse akademie aber im endeffekt tragen für mich auch alle charaktere was gutes und was böses in sich also es gibt keinen der 100 prozent gutes und keinen der 100 prozent böse ist wir haben auch zwei sichtweisen im buch einmal die von mattea und einmal die von ellie und irgendwas ist zwischen den beiden also sie sobald sie sich irgendwie treffen spüren sie dass das da eine verbindung besteht auch wenn sie sich eigentlich gar nicht kennen mattea ist eine späterwachte das heißt sie weiß ganz lange nicht dass sie magische kräfte hat und auf einer demonstration manifestieren sich plötzlich ihre kräfte und sie wacht in dieser universiter mystiker auf und ist umgeben von einer eine mädchen mit hasenohren und einer nix und einem warlock und denkt zuerst mal okay das ist hier absoluter humbug wollt ihr mich alle veräppeln was geht hier ab und braucht eine weile um sich da in diese universiter dann einzufügen und auch zu beschließen dass sie auch dort bleibt denn auf ihr lastet ein fluch und sie muss einfach lernen ihre magischen kräften umzugehen und ja gegen diesen flug flug fluch anzukämpfen ellie dagegen ist auf dieser akademie sinistra die eigentlich die bösen sind aber ist eigentlich ein herzensguter mensch sie ist so ein kleiner sonnenschein und versteht einfach nicht warum sie auf dieser akademie ist und möchte einfach auf diese gute akademie wechseln und die liebe wie heißt sie noch mal die hexe astra soll ihr dabei helfen und zwischen den beiden knistert auch ein bisschen die luft also sie möchte sich zwar nicht eingestehen aber astra hilft ihr bei allen ihren problemen und versucht auch dass sie einfach die universität wechseln kann was eigentlich nicht geduldet wird und was auch nicht gewollt ist weil man wird geboren und gehört einfach einer der beiden universitäten quasi an ja irgendwann vermischen sich beide sichtweisen also die von ellie und die von mattea und die beiden treffen halt aufeinander und dann geht die geschichte quasi gemeinsam weiter es ist der erste band der reihe und lässt auch am schluss ein richtig großes fragezeichen offen wie es mit mattea und dem fluch weitergeht und wie sich ellie eben auch inklusive ihrer magischen kräfte weiterentwickelt ob sie auf die andere universität gehen darf oder nicht oder geht oder nicht also es sind sehr viele fragezeichen am ende noch offen deshalb bin ich auch schon gespannt auf den zweiten band der ist auch schon erschienen und den werde ich jetzt denke ich auch zeitnah lesen das nächste buch hat mich emotional maximal zerstört ich habe es sehr gerne gelesen ich habe es geliebt ist der zweite band der schottland die logie von kira mon jetzt muss ich gucken dass es nicht spiegelt weil ich hier die softbox stehen habe genau ja mir irgendwann ist der zweite band der die logie und die reihe beinhaltet ja quasi ein mutter tochter eine mutter tochter geschichte der erste band ist aus der sicht der tochter geschrieben die auf der suche nach ihrer mutter ist spoiler alarm die sie dann eben auch in emmeline findet und der zweite band behandelt dann quasi die thematik was geschieht nachdem sie sich wiedergefunden haben wie geht es emmeline damit dass plötzlich eine tochter vorher steht von deren existenz sie gar nichts gewusst hat denn sie hat durch einen autounfall ihr gedächtnis verloren und hat sich einfach nicht mehr daran erinnert dass sie zu besagtem autounfall oder während besagtem autounfall schwanger war und dann ist natürlich die große frage wer ist der vater und wo lebt der vater und möchte er noch kontakt zu ihr und 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 es ist eigentlich kein großes story belastetes buch es ist ein buch das einfach komplett auf das herz und deine emotionen abzielt und genau das hat kira auch geschafft ich habe so oft geweint ich habe so mit emmeline und ich habe so mit den beiden mit gefiebert und so gelitten weil er eben auch nicht wusste dass dieses kind überlebt hat und es war einfach so dramatisch und ja wenn ihr mal rumheulen wollt und was fürs herz wollt dann ist dieses buch definitiv was für euch und dann kommen wir last but not least zu den letzten beiden büchern die ich im januar gelesen habe band 1 der reihe habe ich komplett als hörbuch gehört und band 2 habe ich als print exemplar hier also der erste wird auch noch als print hier einziehen das steht außer frage ich habe es aber noch nicht geschafft weil ich im januar eben ein buchkauf verbot hatte und ich denke halt wenig als hörbuch über next story hören kann warum soll ich dann mir sofort das buch kaufen ja queen of myth and monsters ist der zweite band der reihe die heißt ich glaube die heißt so wie der erste band heißt king of battle and blood und es geht um isold isold wird mit dem vampirkönig adrian alexander wasilev verheiratet im ersten band und hat es eigentlich zur aufgabe ihn zu töten aber sie verliebt sich in ihn also es ist so ein bisschen wie bei when the king falls und when the queen rise da dachte ich am anfang auch dass da ich die beiden bücher gerade so dicht aufeinander jetzt gelesen habe beides ein vampirkönig beides eine braut beides eine braut die den vampirkönig töten will ob mir das nicht zu ähnlich wird aber ich muss sagen scarlet st clair hat es komplett anders gelöst die ganze thematik und dementsprechend hatte ich nicht das gefühl noch mal die gleiche geschichte zu lesen ich werde es auch gar nicht so viel auf den inhalt eingehen es ist einfach ja es steckt sehr viel intrige in diesem land und wenn es jetzt bei when the king falls so ist dass sie am ende gefangen genommen wird und als verräterin deklariert wird es ist hier einfach anders gelöst und hier ist es zum beispiel auch so dass adrian immer noch ein großes fragezeichen in meinem kopf ist also er hat definitiv noch dinge die er vor isold verheimlicht es ist auch erst der zweite band der trilogie deshalb wird wahrscheinlich in band 3 noch einiges aufgelöst aber der leser wird auf jeden fall auf viele viele fährten geführt gedanklich welche davon jetzt stimmt sei mal dahingestellt es wird auf jeden fall so dargestellt dass adrian ja nicht der liebe kerl ist von dem wir denken dass er es ist vielleicht ist es aber auch doch we will see wenn der dritte band erscheint auf jeden fall bin ich mir dann noch unschlüssig wie das ganze ausgehen wird und genau das macht es auch super spannend für mich ihr lieben das waren alle bücher die ich im januar gelesen habe ich packe sie euch wie immer unten in die infobox wenn ihr sie euch noch mal genauer anschauen wollt da gibt es den link zu talia und zu amazon und das sind natürlich wie immer affiliate links das war es jetzt von mir ich würde gerne mal von euch wissen welche bücher im januar gelesen habt oder ob ihr eins davon selbst vielleicht auch jetzt nicht im januar oder allgemein schon gelesen habt und was wir davon gehalten habt ich höre jetzt auf zu babbeln wünsche euch noch einen wundervollen tag habt fein und bis zum nächsten mal tschüss